Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Star Wars Battlefront. Ich bin der Dennis und ich freue mich, dass ihr dabei seid, wenn es weiter heißt, wir kämpfen wieder in der Schlacht weiter. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Heute nochmal eine Runde Kampfläuferangriff. Wir müssen mal ganz kurz was gucken, weil das Problem ist, Feuerbündel ist gar nicht so gut, explosiver Schuss, genau. Ja, schön, dass ihr dabei seid. Wir spielen nochmal auf der Seite des Imperiums. Ich hatte euch in der Folge gefragt, wie man denn einen AT-AT oder einen AT-AT auf diese Karte kriegen würde. Und natürlich wart ihr so freundlich und habt das in den Kommentaren ganz breit erklärt. Vielen Dank dafür. Und heute ist es so, wir werden heute mal versuchen, hier ein paar ordentlich Kills zu machen, bevor wir in der nächsten Folge mal den neuen Modus spielen. Die nächste Folge kommt auch morgen. Ich habe euch in der letzten Folge gesagt, dass ich massive Probleme mit meinem Hals hatte, weil ich echt Halsschmerzen hatte. Und jetzt geht es wieder einigermaßen und ich kann jetzt auch wieder ein bisschen quatschen. So, und deswegen können wir da jetzt auch ein bisschen loslegen. Nö, wenn ihr Bescheid wisst. So, den haben wir geholt. Wir haben leider kein Jetpack, aber ich fülle mal meine Karte wieder auf. So, ich weiß noch nicht zurecht, was ich von der Map halten soll. Ihr seid ja auch ein bisschen unentschlossen. So, ja. Oh, sehr gut. Oh, sehr gut. Ihr seid ja auch ein bisschen unentschlossen, weil ihr sagt nämlich, ja, viele sagen, die Map ist cool, aber ich selber, die ändert mich zu sehr an irgendwie, weiß ich, an so einem Halo-Ding. Weißt du, was ich meine? Wo kommen die denn jetzt alle her? Achten wir, die sind alle immer drüben. Deswegen ist der Blasto schon ganz gut. Und auf der Ferne zwiegelt das schon auch nicht rein. Zack, zack, zack. Bei einem Sniper-Rifal wäre halt geil jetzt, ne? Einige von euch haben ja auch in den Kommentaren geschrieben, wie man es rollt. Also, da muss ich echt noch gucken. Ich habe mich vergessen, wenn ich ehrlich bin. So, jetzt machen wir mal einen Kill-Street hier, oder? Oder auch nicht? Wir werden beschossen von der Seite, Leute. Lord Vader ist am Start, okay. Der letzte sogar so verpeilt, ja, da hat man richtig gemerkt, dass ich krank bin, oder war, dass ich gesagt habe, wir spielen auf der Seite der Revision, obwohl wir auf der Seite des Imperiums waren. Oh, da ist ein Sniper, da müssen wir aufpassen. So, wir haben 4-1, okay, mal gucken, ob wir einiges reißen können über Battlefront heute. Und ich würde euch mal gerne fragen, dass ihr in meine Kommentare schreibt, was euer Lieblings-Setup ist, mit welchen Karts ihr spielt. Wenn ihr denn spielt, Battlefront, äh, ob ihr sagt, nein, bitte nicht, ach, ich bin extra hier hingelaufen. Ob ihr dann zum Beispiel sagt, es ist cool, wenn man ein Jetpack hat, oder das, oder das, oder das, ne? Schaut es mal in die Kommentare. So. Ja, wir gucken mal, ob wir die ein bisschen umgehen können, aber leider ist es so. Warte mal, hier ist irgendwo einer, der sich hier ziemlich außerhalb umtreibt. Wahrscheinlich versucht alle zu umgehen, obwohl, ich glaube, er ist tot, oder? Ja. Ja, da ist natürlich der Blas hier überhaupt nicht ein Fehlenswert gerade, wenn er mit seinem Jetpack rumfliegt. Okay, die können gerade den AT-AT-Walker angreifen. Ich glaube, wer ist immer noch... Ich bin am Stahl! So. Das mit dem Rollen ging aber nicht immer, ne? Okay, wir müssen mal wieder zurückgehen. Ich will eigentlich meinen Killstreak halten. Ja. So wie dazu. So, wir wechseln mal wieder den Blaster, weil der ist eigentlich nix. Ich finde den E-11 eigentlich immer noch cool, wobei man den genervt hat, glaube ich, oder? Hm, ich weiß nicht. So. Und der nächste DLC, der ja ansteht, ist, glaube ich, tatsächlich schon... Das ist hier Todesstern sogar schon. Da sollst du ja tatsächlich auch Rauchtäpfe und alles geben. Ich will nicht so viel Rollen, wie du willst, bringt dir nix. Ich hole dich trotzdem. Okay, okay, okay. Ganz langsam vorgehen. Wir haben aber eben hinter uns einen. Da kriegen wir nur Assess-Points, ey. Das ist blöd. Oh, da ist Rando. Oh, oh. Wir werden sterben. Komm her. Zack. Haben wir Spitzenspieler ausgeschaltet. Sehr nice. Oh, Lord Vader hat es erwischt. Warte mal, hier ist irgendwo... Nein, hier ist doch keiner. Okay, alles gut. Es geht weiter, Freunde. Der macht... Hallo. Durchschlossene Gesellschaft. Oh, oh. Haben wir. Was sind denn hier gerade los? Wir räumen hier gerade richtig auf. Hier ist doch einer. Warte mal. Ah, der Blaster fliegt aber... Mein Gott. Ich weiß jetzt gar nicht, woher die kommen. Lando ist gerade da drüben reingegangen. Oh, 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 oh. Sehr gut. Aua, Mann, lass mich doch. So, Lando ist down. Ah, sehr gut. Der landet jetzt im Untergrund, der Lando. Zack. Oh, oh, warte, hier war das gerade irgendwo einer. Aber wir sind hier ein bisschen eingep... Eingepfercht, ey. Das ist ein bisschen doof. So, zack. Da hängen wir in dem Raum fest. Wir kommen halt nicht raus. Sperrfeuer haben wir jemanden weggerotzt. Sehr gut. Wir langsam vorgehen. Da ist keiner. Hier ist alt offen. Das ist ein bisschen... Wir kommen, wir machen Risky. Ich kann nicht schießen. Warum? Guck mal hier. Zack. Zack. Oh, nice. Nice, Leute. Nein. Oh, mein Gott. Aber 16.3, was ist denn mit mir los? Das war immer eine gute Runde. Das war gut gemacht. Wir sind hier einfach komplett umgangen. Und hatten daher eine mega Chance. Ey, Leute. Ohne Witz. Das war wichtig für uns. 16.3. So gut war ich tatsächlich noch nie. In Star Wars Battlefront. Naja. Weiter geht's. Oh, guck mal hier. So. Hier ist irgendwo noch ein Rebell. Aufpassen, aufpassen, aufpassen. Stumm, du Blach. Okay. Okay. Wir wissen von einem Informanten, dass Skywalk an eurem Vorhanden ist. Oh, oh, oh. Nicht mit dem Imperium. So, wir machen den Eingang mal hier zu ihm. Hier sind aber noch welche. Ja. Da richten auch grad Schaden an. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Guck mal, der checkt nix. Komm her. Wenigst du mich den mitnehmen, bevor ich draufgehe? Ich konnte nicht mehr machen, ey. Ich konnte nichts mehr machen. Oh, man. Mann, man, man, man. Schade, ey. Oh, wir haben noch Essence Points bekommen. Na, guck mal an. Das war doch... Semi-erfolgreich, wenn man so möchte. Hey, warte mal. Wir schießen die... Okay, die ist offline hier. Das ist gut. So, wir machen jetzt beide Eingänge zu. Der ist durchgekommen. Trotzdem, trotz des Gases. Boah, was geht hier abgerade? Einmal draufhalten. Die Tür ist zu. Die Tür ist zu. Sehr gut. Schade, ey. Boah. Okay, wir versuchen die nochmal zum Gehen. Komm. Das hat geradeaus überfunktioniert. So. Oh, der Kopfgelder ist da. Das hat er immer noch nicht wieder heiß. Das ist komisch. Na. Ah, diese Schilder. Ich hasse die. Oh, jetzt. Na, nice. Na, na, komm. Oh. Weg, 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 weg. Oh. Aber die haben gerade überhaupt keine Chance. Sehr gut. Weg, 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 weg. Lauf. So, was haben wir? 26. 24. Und wir haben keinen. Die haben nur einen Ablenk. Oder das ist eine AT-AT-Walker. Soll ich mal versuchen? Ah, da bin ich zu offensiv gewesen, weil ich den AT-AT-Walker haben wollte. Aber, Freunde. Es war sehr erfolgreich für uns, diese Runde. Einzelfeuer ist bei dem Blaster immer gut. Das muss ich mir nicht merken. So. Wir machen hier den Weg frei, damit unsere Sturmtruppler und der AT-AT durch kann. Die Rebellen haben Wiping-Unterstützung angefordert. Wir müssen diese Ablenk-Station deaktivieren, um ihre Bomber zu stoppen. Ja, ist jetzt übrigens die 99. Battlefront-Folge, liebe Freunde. 99 Episoden in diesem Spiel. Wir müssen dann wieder SS-Points, okay. Zählen die eigentlich als Kill? Ich weiß gar nicht. Glück gehabt. Oh, was ist denn hier? Oh. Oh, nice. Okay, wir sterben. Nein, wir sterben nicht. Deckung, 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 Deckung. Boah. Sind gerade mitten im Getümmel. Boah. Nice. Geh mal vor, AT-AT. Äh, AT-ST. Ja, glauben wir, das klingt. Ist kein Problem. Oh. Boah. Sehr gut. Guck mal hier. Sehr schön. Oh, oh. Na. Ja, wieder der Luke. Wieder der tötet uns. Wieder der Luke Skywalker. Oh. 33, 6, ey. Freunde, was passiert hier gerade? Was passiert hier gerade in Star Wars Battlefront? Ich hab aber gern mit Lando gespielt, ey. Wir sehen. Nein, 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 nein. Energie aufladen, Energie aufladen. Go, 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 go. Sehr schön. Ihr müsstet ihr sie abschalten. Ja, und ich hab's ja schon gesagt. Battlefield 1 wird bald hier auch auf dem Kanal laufen. Das wunderschöne Let's Play. Ja. Freut euch drauf. Das wird ganz cool. Nix da. Das werden wir vermutlich auch im Squad zocken und so weiter. Also, da gibt's dann auch super viele Folgen von. So, einfach weitergehen. Komplett ignorieren die da drüben. Wir holen uns ja nicht wieder von hinten. Ah, cool. Hier ist ein Sturmtubler schon drin. Oh, 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 oh. Vorsicht. Zack. Von der Deckung. Na? Wir sind irgendwo hier. Oh. Nein, warum ey? Was ist mit meinem Blaster los? Ich kann nicht schießen. Boah. Der geht grad richtig ab, Leute. Einmal darüber zu zwiebeln. Hinter dir, hinter dir, hinter dir. Oh. Tötet ihn doch. Scheiße. Oh, Mann. Kann ich von der anderen Seite. Ja. Wir waren so gut drin gerade. Okay, weiter geht's. Uiuiuiui. Wollt auch mal gerne Helden spielen. Oh, boah. Wo kam das denn her? Ach, hinter mir. Krass. Sehr gut. Was hat der eine? 21, 25. Okay. Guck mal, der beste Spieler hat 67 zu 9. Der war bestimmt in 80, 80, oder? Man weiß es nicht. So, wir haben jetzt eine Rakete. Boah. Shit, wo ist der denn denn geflogen? Hahaha. Na toll, den Schuss verschenken wir jetzt gerade. Ah, doch nicht. Getroffen. Nice. Glück gehabt, dass da einer noch war. Okay. Hau ab. Oh. Ach, Gottchen. Ich hab mich... Hä? Wie hab ich das denn gemacht? Ich hab gegen die Wand geschossen und der Laser hat mich dann selber umgebracht. Das hab ich auch noch nie geschafft. Schön. So. Tiu, tiu. Ich hab eine Ladung bekommen. Nehmen. Ich bin da. Sehr gut. So. Wie war's? Wie war's? Benutzt unbedingt das Bewertungssystem, ihr unterstützt mich damit und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Episode von Battlefront. Danke, danke, möge die Macht mit euch sein. Und morgen gibt es die hundertste Episode.